Man weiß nicht so richtig, hört er sich, macht er einen Soundcheck, macht er einfach nur so Urschreitherapie in leise. Es sind Darmkontraktionen, die ich versuche selber zu kontrollieren. Damenkontraktion. Mit oder ohne Darm. Mit Klaus und Dirk. Dritter Advent ist gerade passé. Ja, herzlich willkommen. Dirk war auf dem Weihnachtsmarkt. Klaus war im Bett. Genau, Klaus. Was ist denn passiert? Du klingst ja nach so einer klassischen Weihnachtsgrippe. Hast du am Glühwein die ungewaschenen Gläser einfach mal alle abgeleckt. Um die Reste rauszukriegen. Ich küsse ihre Becher trocken. Schöner Gedanke. Wie war es denn am Weihnachtsmarkt? Ja, ich habe mal so einen klassischen, ja es ist mittelstädtischen Weihnachtsmarkt mitbekommen. Mittelstädtisch? Ja, ich habe letztens erst gelernt, dass bis 2000, nee jetzt erzähle ich Quatsch, oder 2.000 bis 5.000 ist Kleinstadt, darunter ist Dorf oder so. Und ab 5.000 bis 100.000 ist es halt eine Mittelstadt. Ja, okay. Deswegen habe ich einen mittelstädtischen Weihnachtsmarkt mitgekriegt. Den von? Wittenberge. Und der war gut. Der war klassisch, würde ich sagen. Viele Fress, viele Trinkbohnen. Wir waren um die Uhrzeit da, dass halt die, ich sag mal, handwerkliche Kunst schon eingeschlossen wurde. Okay. Und dann so eine coole Zwei-Mann-Band, die auf der Bühne für ordentlichen Rock-Weihnachts-Groove gesorgt haben. Und sehen halt aus wie so, ich würde mal sagen, ehemalige oder vielleicht sogar noch aktive Geschichtslehrer. Und wo du merkst, der ganze Körper macht nichts. So ein bisschen Eurothmie-Theater war auch dabei. Beziehungsweise da macht der Körper ja alles ins Gesicht, macht nichts. Das war so umgekehrte Eurothmie. Und dann im Gesicht passiert dann sowas wie, smoke on the water. Und der ganze Körper war im Freeze. Das war sehr schön zu sehen. Okay. Interessant. Aber halt auch irgendwie mal nicht standardisierte Weihnachts-Glühwein-Gedöns. Sondern halt irgendwie Winzer-Glühwein oder verschiedene Dinger, die ich halt echt noch nicht probiert habe. Also dann habe ich auch gemerkt, dass ich auch lange kein Alkohol getrunken habe. Nach drei Glühweinen war Dirk schon ganz schön dicht im Kopf. Am Glühen. Ja, also wirklich. Nur so ein ordentliches Knoblauchbrot, was so weich war wie meine Socke. Aber halt sehr, sehr lecker. Aber das ist dann so, wie isst du das? So mit Knoblauchsoße den ganzen Scheiß. Und du ganz klar weißt, wenn ich jetzt reinwässe, es hängt alles im Bad. Und dann wischst du ja die ganze Zeit das weg. Und denkst du, ist noch was? Nö, ist weg. Und nach zwei Stunden denkst du, aber ich rieche es doch immer noch. Und du sagst, ja klar, riechst du es immer noch. Hast du dich ja nicht zwischendurch gewaschen. Das ist halt der Nachteil, so ein klein bärtigen Letzchen im Gesicht. Darauf noch ein Glühwein, dann wird der Geruch schon viel sanfter. Dann waren wir ja noch im Abstecher, haben wir ja noch gemacht ins Reuerhalde. Aber der Klaus ja gesagt, der verweigert sich dem. Ich finde so eine Bar, wo dann ab zehn geraucht wird, mit Erkältung und Kopfschmerzen wegen der Nebenhöhlen, nicht ganz so reizvoll. Naja, das stimmt. Ist auch sehr assi dann. Also wenn nicht geraucht wird, hätte ich mich vielleicht auf einen Tee, also wenn ich nicht generell irgendwie am Wochenende echt dauernd Knick gemacht hätte, von der Formkurve her. Nach unten. Ja. An demnächst ging es ja, bis Freitag ging es mir eigentlich ganz gut. Dann hatte Dortmund ihre WG-Feier, wo sie auch in ihrer Band gesungen hat. Ich hoffe, ihre WG-Feier war deine WG-Feier. Klaus, wir sind heute alle hier. Und dann war ich halt dann schon bis zwei wach oder so oder bis drei, also in so einem Dreh halt. Dortmund singt auch in einer WG-Band. Ja, ihre WG hat eine Band, mehr oder weniger. Die heißt hoffentlich auch WG-Band. Die Bierpinsels. Die Bierpinsels. Das schwingt doch leichter Dortmunder Immisscharme hinterher. Es gibt tatsächlich ein Gebäude in Steglitz, was Bierpinsel heißt. Ja, auf jeden Fall war ich da zu lange wach. Ich hatte ja noch mit dem Gedanken gespielt, ob ich auf die Weihnachtsfeier vom Theater gehe. Aber dann war es halt irgendwann, wo ich dachte, naja, vielleicht gehe ich nur noch zum Pizzaessen und lass dann die eigentliche Feier ausfallen. Und dann dachte ich irgendwann so, ey, auch eine Stunde durch die Stadt fahren für eine scheiß Gratispizza, das geht heute nicht. Auch die Tatsache, dass du immer, wenn du rausgehst, schön deine Bacillen rumsprühst, ist ja auch irgendwie ein bisschen ungeil. Wie war denn eigentlich die Weihnachtsfeier dieser riesengroßen People-Agentur? Genau so hast du ja letztes Mal auch reagiert. Gab es denn irgendwelche geilen Futtermomente? Ich war ja danach in dem Essen, deswegen habe ich gar nicht so viel gegessen. Ja, aber du hast es ja mit den Augen gesehen. Die hatten halt so, was ganz geil war, so ein richtig rustikales Buffet aus so frischem Brot in Scheiben und dann halt so lauter, weiß ich nicht, scharfer Hummus-Aufstrich und sowas. Ja, ist doch geil. Ja, oder so mediterraner Feier. So ein bisschen wie WG-Party. Eher genau, aber halt alles so richtig high quality. Ja. Und draußen war halt ein frischer, ein Stand, der frischen Glühwein gemacht hat. Ach, das ist ja auch mal geil. Ja. Normalerweise hast du ja dann deine 27 Tetra-Pak-Liter. Ja, genau. Nee, das war, also draußen war halt der Stand und wie gesagt, drinnen hat sie das Rustikal aufgebaut. Frage, wie viele Anis-Sterne haben sie genutzt? Das ist ja bei uns immer das Problem. Das war einmal eine Sache. Irgendwer hat er noch gegessen. Seitdem haben wir immer zwei Anis-Sterne rein und hatten noch nie irgendwelche Anis-Beschwerden. Ja, weil wir uns an nichts erinnern können. Die Beschwerde gehe ja in billigen Fusel rum ab 60 Prozent aufwärts. Heute habe ich irgendein Video gesehen in meinem Jahresrückblick von 2017, wo Brownie, du und ich dastehen und ich halte irgendwie das Handy hoch und wir sind sowas von abgeschossen. Als wir das Musikvideo nachgetanzt haben? Ja, das war, glaube ich, der Musikvideo-Abend. Das war auch der Grund, warum wir letztes Jahr gesagt haben, keine Videos mehr. Weil wir das gesehen haben und dachten, oh, das kann ja passieren, aber das darf in dem Moment auch gleich wieder gelöscht werden. Deswegen ist unsere Erinnerung am letzten Jahr auch, war ganz gut, ist nichts passiert. Wir haben ja noch dieses Anfangsfoto, wo wir in den hässlichen Lidl-Sweatern dastehen. Ja, das finde ich ganz süß, weil es sieht ein bisschen aus wie dieses Alf-Cover. Alle stehen ganz brav, grinsen. Und danach, glaube ich, ist auch nicht mehr viel passiert. Ich erinnere mich auch nicht. Wir haben jeder eine Dose Faxe und Whisky getrunken und dann fingen die Faxe an. Ja, Philipp hatte Faxe mitgebracht für alle, glaube ich. Oder du oder wir? Ach, also auf jeden Fall nahmen das alles einen rapiden Sturz nach unten. In der Regel ist es ja auch schon, dass nach dem zweiten, wir haben immer diese, ich würde sagen, 70er-Jahre hässlichen Küchentässchen da. Ja, die du klassisch so bei Oma beim Kaffeekränzchen hast. Zwischendurch habe ich mal gedacht, neue Tassen zu holen, da habe ich gedacht, nee, das hat sich schon etabliert, das darf gar nicht mehr gewechselt werden. Die sind auch eigentlich ganz geil, weil die so klein sind. Ich finde sie ja optisch ganz schön schlimm, aber egal. Ja, natürlich, aber ich finde, das pusht auch den Charakter. Es ist halt auch bei denen, wenn eine kaputt geht, weißt du, es ist nicht so schlimm. Hast du denn noch mehrere davon? Ich habe, glaube ich, ein Achter-Set und bisher haben wir noch keine kaputt gemacht, überraschenderweise. Aber weil die halt so klein sind, ich glaube, die Größe ist halt echt hilfreich. Genau, und das ist das Faszinierende, dass nach dem zweiten kleinen Tässchen, die sind ja maximal drei Finger breit tief und genauso drei Finger breit halt auch ist der Bodendurchschnitt. Ja, ist halt so ein doppelter Espresso mehr oder weniger. Genau, und nach zwei von diesen Tässchen schaut man sich schon gegenseitig an, merkt ihr auch schon was? Alter, es ist schon richtig heftig. Es sind zwei Tassen. Also es ist ein bisschen wie der Punsch bei Ekel Alfred, der halt so schnell den Kopf schießt, weil er halt eigentlich nur aus Alkohol, also wir packen ja auch nur Gewürze rein, nicht damit es lecker, würzig schmeckt, sondern damit man diesen harten Alkohol nicht so schmeckt. Und deswegen ist es auch immer überwürzt und es wird nach dem ersten... Wobei, wie gesagt, ich finde ja, wir sind ja noch relativ human in der Mischung, weil normalerweise wird der mit mehr Rum vorgeschlagen. Mit der selben Menge Wein, mehr Rum? Zwei zu eins. Ach, scheiße. Ist in den Rezepten das Mischverhältnis und dafür... Aber auch genauso ein starker Rum, wie wir nutzen? Wir benutzen schon gar nicht so stark. Jetzt kommt alles raus. Nee, aber den 54-prozentigen, also der ist halt der, der erste, der brennt. Gott, ich dachte, das ist das Maximum... Nee, nee, und wir haben ja immer so vier zu eins vom Verhältnis. Aber was heißt du stärker als, was ist denn überhaupt das für ein Rezept? Ist das für nationaler Alkoholikertag? Nee, aber wenn du halt mal so nachschaust, Feuerzangenbowle, ist halt immer auf zwei Flaschen Wein eine Flasche Rum. Ein pauschales Rezept. Ja, aber such mal nach Rezepten. Das ist, du wirst auf dieses, du wirst darauf stoßen, dass es relativ gemein ist. Ist denn mein Handy? Naja, ich glaub's dir. Ja. Wie ist dir das passiert? Ich war bei den Kindern... Ja, ich hab mich irgendwo an... Ja, weiß ich nicht. Ja, kann ja sein, dass du sagst, die Vorstellung haben sehr viele Kinder rumgehustet. Nee, es gibt halt mehrere Sachen, wo ich halt sagen könnte, das könnte es halt gewesen sein. Entweder... Swingerclub oder sowas. Swingerclub am Buffet. Hat irgendwer in den Kartoffersalat gehustet und dachte, wer war das? Die Mayonnaise war ein bisschen warm. Kennst du das, wenn du denkst, jetzt... Nee, nee, das Ding steht für sich. Nee, der Kindertheater ist halt immer so ein heißer Kandidat. Ja. Also, das Bahnfahren kann es natürlich auch gewesen sein. Ich war letzten Samstag, war ich abends was trinken in der Bar an Kreuzberg, wo ich auch denke, wo natürlich auch geraucht wird. Weißt du ja, ist schon mal gut für die Schleimhäute. Ist ja auch immer ein gutes Zeichen, ist entweder das oder ich dachte, in einer Kletterhalle kann natürlich auch sein. Einer ist ein bisschen krank, schmiert seine Viren an die Griffe. Ja, das ist eh die Sache, weil du brauchst ja halt einfach echt nur mal an die Nase reiben oder Auge. Ja, und das machst du ja ständig. Du reibst dir ja, also du fasst dir ja als normaler Mensch ständig ins Gesicht. Oder einen Penis. Ja, also vor allem, wenn du halt nicht so daran denkst. In der Bahn ist man ja meistens so, dass man denkt, ich fasse nichts an die Hände. Aber halt beim Klettern bist du ja auch drauf angewiesen. Also irgendwie sowas ja halt. Ja, und ich habe auch gedacht, ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich jetzt halt auch die Halle ein bisschen geheizter ist. Dass die Luft ein bisschen trockener ist und durch diese Talcum-Scheiß. Ja, genau, das ist ja sowieso schon trocken durch das Magnesium. Magnesium. Deswegen, also man merkt es auch, selbst im Sommer, wenn du reingehst, eigentlich beste Bedingungen sind, merkst du dann nachher mal ein bisschen, okay, meine Schleimhäute fühlt sich nicht ganz so gut an. Gerade, also das. Fünf Stunden ICE fahren. Ja. Oder hält sich einfach einen Föhn unter die Nase. Ja, also, ne. Gibt viele Optionen. Ich habe es halt irgendwie letzten Mittwoch so richtig bemerkt zum ersten Mal, letzten Dienstag Mittwoch. Aber es klingt schon nach einer normalen Erkältung. Ja, also dafür, dass es jetzt heute Montag ist und ich klinge halt noch so ein bisschen verschleimt, aber heute geht es mir zum ersten Mal vom Kopf her wieder richtig normal. Hatst du Fieber? Ein bisschen. Das heißt? Ich habe kein Messgerät, aber ich war leicht, leicht warm. Also, halt leicht erhöhte Körpertemperatur. Ja, wie es so ist, ne. Ich kann Ihnen nur empfehlen einen Ingwertee, den ich einfach nicht mehr sehen kann. Ne. Ja, aber es ist antiviral, hört willst du mal. Ja, aber es ist ja nicht das einzige Antivirale. Kann man auch einen alten Spatz auskochen. Oder ein bisschen Norton-Antivirus an den CDs lecken. Was? Achso. An den Norton-Antivirus-CDs lecken. Die alten. Ich merke, jedes Mal, wenn ich mich hinlehne, dann geht es. Wenn ich mich mal aufrechtsetze, dann muss ich hier nochmal kurz den Hering. Achso, ich habe das andere Stativ. Ja, siehst du? Sonst hatte ich immer so einen Schraub, jetzt habe ich einen Clip. Ah ja, ich habe die Stative neu gewechselt. Soll ich mal zur Frage kommen? Bitte. Ja, es wird jetzt vielleicht für unsere drei Zuhörer ein bisschen befremdlich. Vielleicht auch nicht. Es geht so ein bisschen um einen guten Freund von uns, den wir schon, du ja eigentlich schon seit, ich sage mal kurz, an dem du laufen gelernt hast, kennengelernt hast, der seit eben mehr oder weniger hier so rumschwirrt in unserer Welt und um den sich sehr viele Mythen aufgebaut haben und wir wissen vieles nicht, vieles haben wir akzeptiert, dass es halt so ist. Deswegen habe ich gedacht, weil der Mensch ja gern so konzipiert ist, dass wir vieles in Schubladen packen, um die Welt greifbarer zu machen, was grundlegend ja nicht verkehrt ist. Man weiß von wegen, okay, bei grün gehe ich, bei rot bleibe ich stehen. Und so machen wir es ja auch mal mit Menschen, die wir kennenlernen, dass wir sagen, ah, das ist so ein Typ, das ist so ein Typ, ein bisschen haben wir das ja auch geschafft, aber manchmal ist es ja so, dass wenn man jemanden länger kennenlernt, dass man denkt, was ist denn eigentlich der Hintergrund des Ganzen? Da wir das nicht wissen, ist meine Idee von wegen, dass wir uns das einfach selber bauen. Daher meine Frage, wie ist unsere Wahrheit über Peter? Ich glaube ja nach wie vor, dass er so ein bisschen wie in so einer 80er Jahre Fernsehserie mit seinem Pickup durch die Republik fährt und Verbrechen löst. Deswegen ist er so selten hier, meinst du? Ja. Ja, so ein bisschen wie Hardcastle und McCormick, Renegade. Ja, Renegade, ja ganz gut. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Er hat auch das passende Auto dafür. Das stimmt. Was ist das, ein Caddy oder sowas, ne? Hat er. Ja, also halt so ein Pickup, ich weiß gar nicht, was für eine Marke, aber. Ja. Ich hätte gedacht, das wäre ein deutscher, oder nee, ne, war es nicht, ein Toyota? Kann auch, Toyota kann sein, ne. Ja, die Sache ist, ich habe halt auch irgendwie, also. Wie lange kennst du ihn jetzt? Du kennst ihn seit Bundeswehrzeiten, ne? Das war der 1.7.2004. Das war mein Geburtstag. Ja. Ich wurde 24 und da hast du. Was für Zeiten, ich war, ich war 18. 19, achso, 18. Gott, ich war, was für eine, was für eine Kinderarmee. Was für eine Kinder, lauter 18-Jährige. Und da standst du mit deinem. 18 und 19-Jährigen. G36 und hast gefragt, wer sitzt denn da? Und du hieß es, ja, das ist Peter. Ja, so hat er seinen Spitznamen bekommen, der Sitz, der Sitz, der Sitz, Peter, es war ja immer, ein deutscher Soldat sitzt nicht, ein deutscher Soldat hockt ab. Hockt ab? Ja, also geht in den. Also die Russenhocke ist ein Abhocken. Genau, geht in den klassischen Russian Squad. Wie ist es denn über Abhocken? Abhocken. Ja, wie ist es denn nicht hocken? Na, du hockst ab, du senkst dich ab in der Höhe. Ja, denk nicht zu viel drüber nach. Ich kenne das als hinhocken. Ja. So wie der Duden vermutlich auch. Ja, du hockst dich halt, wie gesagt, ist ja auch egal. Bei 100 Grad abhocken. Hockst ab. Und dann erschrecken. Genau. Und Peter nutzte jede Gelegenheit dazu, sich hinzusetzen, erstmal hinsetzen. Ist auch besser für den Rücken eigentlich. Ähm, daher, daher hatte er schnell den Spitznamen Sitzpeter weg in unserer Batterie. Das war kein Akku. Nee. Ja, aus irgendwelchen Gründen heißt Company bei der Artillerie Batterie. Gott, der Satz ist so bizarr. Aus irgendwelchen Gründen heißt Company bei der Artillerie Batterie. Alter Finne, ey. Ja, da darf man nicht, du darfst nicht zu viel drüber nachdenken. Nee. Befohlener Sommer. Ja. Befohlener Sommer, ey. Wir spielen mal befohlenen Sommer hatten, war schon Herbst. Kurz mal krempeln und dann wir lassen. Ja, du darfst ja nicht. Du darfst ja nicht ansatzweise mal in den Ärmel hochkrempeln. Ja, bei befohlenen Sommer darfst du es ja machen. Musst du. Achso, das ist dann halt, auch wenn es jetzt zu kalt ist, denkst du scheiße. Befohlener Sommer. Über einen Ellbogen oder unter? Ich glaube, dreimal darfst du. Musst du oder darfst du? Musst du. Ja, was ist denn jetzt? Ja, nee, du darfst, musst. Kannst, oh Gott, kannst, ist doch ganz schwierig beim Bund. Umschlagen, krempeln, krempeln. Herr Oberkommand, hier eine Stufz, darf ich schießen? Ich glaube, je nach Länge der Dame. Müssen oder können? Dürfen nicht. Drei oder viermal. Ja, oh Gott, gute Zeiten. Wie hieß das nochmal, das ist doch so ein Stufz-Uftz, ne? Ja, Stufz-Uftz. Unteroffizier, Stabsunteroffizier. Alles Maurer, Mörder, Metzger, wie man so schön sagt. Oh Gott, ist vielleicht alles in einer Person. Oh Gott, was für ein Typ, die waren auch erst so 20. Was für eine Barrage. Ja, aber die haben da, glaube ich, schon ihr Maximum erreicht. Ja, natürlich. Das ist halt das Schwierige. Du bist ja noch mit deinem Reklamheftchen durch, ich sage mal, Bataillonsgrün gesprungen. Hatte ich immer in der Tasche ein Reklamheftchen. Das hält auch eine Kugel ab, immer über die Brust legen. Deswegen hatte ich es auf der anderen Seite, damit ich im Notfall erschossen werde und die Misere vorbei ist. Aber so haben Peter und ich uns tatsächlich auch besser kennengelernt, weil wir beide ja so Latein-Snobs sind. Ja, ich habe euch zeitweise auch immer auf Latein alle SMS geschrieben. Und dann immer so ganz, ah, 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 ah. Da dachte ich so, oh Gott. Wie geistreich. Wie konjugiert er denn? Ah, Delaycard, Delaycard. Guckst du jetzt gerade, ob eine SMS kriegt hat von Sitzpeter? Ja. Mittlerweile wirft er Tauben. Tauben. Ja. Naja, nun denn, das ist so. Ja, ich weiß ja halt nur, also ich habe das halt auch, ich habe das, ich habe ihn auch nur als Sitzpeter, was heißt nur, ihn als Sitzpeter mitbekommen. Ich glaube, er hat ja auch keinen, beziehungsweise müssen wir hier nicht sagen, Nachnamen. Und das Lustige ist, da, als wir damals in der Lampe gearbeitet haben, saß er ja auch immer am Tresen. Das war auch die Zeit, wo das eine oder andere Freigetränk auch mal an einfach nur, ich sage mal, Bekannte rausging. Das wurde so ein bisschen ausgepeitscht, dass dann irgendwann kam, ey, ich bin der Freund von einem Kumpel von Randy, gib mir ein Bier. Und du dachtest, okay. Okay, es war dann so, ich glaube, ich schreibe das auf Randy, ist okay, in das imaginärisch schwebende Buch, was hinter unseren Köpfen war. Wie ein Damoklesschwert. Ja. Und da saß Peter dann immer fest im Büro, irgendwie rechts außen, und hat, glaube ich, nur das Trunkhorn Gondors gefiffen, wenn sein Hefe alle war. Das war, glaube ich, so, das war der Anfang, so habe ich ihn kennengelernt. Und es war halt irgendwie lustig, weil es war wie so eine Schaufensterpuppe, die man füttern konnte. Weil er einfach nur ganz still immer da saß, gefühlt über Monate, und hat alles miterlebt. Ja. Man wusste nicht, ob er halt… Oft als neutraler Beobachter. Ja, genau. Das passt ja auch so ein bisschen zu dieser Theorie, die wir dann halt so entwickelt haben, dass er halt dann irgendwie einig Privatdetektiv ist. Das schließt halt auch schon an, meine Frage, dass wir halt da so eine gewisse Wahrheit uns kreieren müssen. Ja, aber auch das passt ja in das, er löst Verbrechen. Ja. Das Interessante ist, er hat wie Columbo auch einen Hund. Beziehungsweise da habe ich mich schon gefragt, ob der Hund ihn hat, oder weil zeitweise… Das ist der Hund sein verwunschener Partner. Genau. Er ist ja halt auch so gut wie gar nicht im Internet vertreten. Also man findet ihn ja in den sozialen Medien sehr wenig, beziehungsweise sehr… Also mittlerweile… Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ja, mittlerweile, aber anfangs war es ja schon eine ganz große Distanz zu sozialen Medien, beziehungsweise immer, wenn unter einem sehr kreativen Namen mit sehr kreativen Bildern, dass man jetzt nicht eins zu eins dachte, den kenne ich doch mit dem Namen, sondern… Grotefeld 87 und dann siehst du ein Foto vom Fuß, das ist dann halt so nicht so gleich die Verbindung zu dem Sitzpeter, den man selber kennt. Ja, deswegen… Und er mochte damals aber nicht auf Fotos sein. Das war auch noch so ein Punkt. Das schließt ja halt alles an, diese Theorie an, dass er halt einfach sonst seine ganzen Jobs nicht machen könnte. Und er wohnt irgendwie in einem nordischen Bundesland. Wenn ich das weiß, weil ich das richtig gefühlt habe. Aber er lebt hauptsächlich in einem Pickup, ist das richtig? Würde ich auch so sagen, ja. Ja. Er bivakiert in diesem Pickup. Ich erinnere mich auch noch an eine Bundeswehrnacht, wo Peter und ich oben auf dem Panzer schliefen. Oder ich glaube, ich schlief davor, vor dem Panzer, und er schlief vorne in der Schaufel. Der Panzer hatte wie ein Bagger so eine Schaufel vorne. Und die war halt hochgeklappt, wie so eine Badewanne. Und da hatte Peter sich sein Nest gebaut. Hast du mir eine Geschichte erzählt, dass ihr in irgendeinem Personentransporter mit Sitzheizung irgendwie die ganze Nacht halt wache halten solltet und weggepennst seid sofort, wenn die Sitzheizung... Ja, ja. Okay, das klingt jede Nacht wahrscheinlich so. Ja, wir hatten halt den MTW, den kennst du vielleicht noch aus Command & Conquer. Achso, die Dinger gab es wirklich. Ja, ja. Ja, dieser Mannschaftstransportwagen, das ist halt so eine fahrende Brotbox. Biwak steht für Biwak? Ja, Biwak steht für nichts. Es kommt vom französischen Bivaké, draußen schlafen. Achso. Also Biwakieren sagt man auch im Deutschen, also ist ein antikierter Ausdruck und du würdest es heute halt fürs Campen nicht mehr benutzen oder nur noch in seltenen Fällen. Biwakieren, das hat aber im deutschen Recht eine ganz spezielle Bedeutung, was das Wildcampen angeht. Also ist das... Du hast nochmal drüber geschrieben, ne? Ja, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen. Biwakieren heißt sowas wie, kurzfristig, ohne Spuren zu hinterlassen, Unterschlupf in der Natur suchen, um den Witterungsbedingungen auszuweichen. Das ist dann halt, dass es einem passiert, das darf man nicht planen. Ja, genau, das ist dir halt, das ist dir erlaubt. Du darfst, wenn du einen Schlafsack und einen Planer hast und es fängt stürmisch an zu regnen, dann darfst du dir im Wald ein Camp aufschlagen. Du darfst aber kein Lager daraus machen. Du darfst nicht länger da bleiben, du darfst kein Feuer machen. Genau, also irgendwie so ist es. Also ein bisschen reduziertes Highland-Code-Ding quasi. Wo du ja halt frei, sofern es kein Naturschutzgebiet ist, zelten kannst, Feuer machen kannst, sollst halt dann Müll zurück... Also es gibt ja einfach ganz, ganz klare Regeln, was du in Deutschland im Wildgebiet, im Wildcampen machen darfst und was nicht. Was darfst du denn machen? Ich dachte, man darf es gar nicht, aber man darf es. Ja, wie gesagt, bivakieren darfst du halt, theoretisch. Ansonsten ist es halt, ich glaube, so Wildcampen darfst du normalerweise überhaupt nicht. Das wird halt oftmals toleriert, aber du bist halt darauf angewiesen, dass die beauftragten Forstbeamten das durchgehen lassen. Ja, also... Also es ist halt rechtlich, es ist keine Grauzone, menschlich halt schon. Also wenn die halt einfach sehen, du hast da einen Schlafsack und eine Plane und hast nichts gemacht und hörst keine Musik und hast kein Feuer, kann es halt oft sein, dass du toleriert wirst. Aber natürlich, die haben da Platzrecht, wenn die sagen, verpiss dich, dann musst du dich verpissen. Ja, was ich glaube ich auch spannend finden würde, wenn du halt den einen oder anderen betrunkenen Jäger hast und du hast halt so eine geilen Tarnklamotten und wühlst gerade nach irgendwas im Laub, dass du halt einfach angeschossen wirst. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Fälle es da gibt. Von wegen, Hubi hat damals auch irgendwelche gruseligen Jägergeschichten erzählt, der einen oder anderen mal jemanden ins Bein geschossen hat, weil der halt dann irgendwie mit seiner Grünkohlhose so ein bisschen äbermäßig im Wald wühlte. Und dann sein Kollege dachte, Mensch, da habe ich einen. Erst mal schießen, dann Fragen stellen. Genau. Auf welcher Seite fiel er runter. Ja, okay, also dann ist Peter, also meinst du denn, er hat so eine Basis? Also meinst du, dass sein Bundesland, das kann man ja nennen, ist Mecklenburg? Ja. Dass er da halt permanent unterwegs ist oder dass halt da sein Ursprung ist und er ist in allen Bundesländern unterwegs? Ich glaube ja, es ist eher nur so eine Homebase in dir. Aber er hat da eine Homebase. Ja, da hat er halt so wie Bruce Wayne, so eine unterirdische Höhle, wo er halt so Conspiracy Boards gegenüber seinen Erzfeinden hat. Die Höhle, kann er die Höhle mit seinem alten Pickup befahren oder steht der Pickup vor der Höhle? Ich würde sagen, die kann er befahren. Wir sind ja beide schon mal in den Pickup gefahren. Das ist jetzt nicht, wo du denkst, das ist ein kraftstrotzendes Ungetier, sondern es ist mir so ein, so ein bisschen wie das Grünflächenamt Berlin. Wenn die dann halt mit irgendwas anrücken, sowas und das Ding würde ich jetzt nicht über 50 Prozent Steigung schieben wollen. Nee. Und eine Höhle ist ja nicht eben ehrlich, die ist ja meist tief oder hoch oder so. Und wenn er da mit seinem Pickup runterfährt, dann hoffe ich, dass er auch irgendwie bei Matschlaubstraßen wieder hochkommt. Aber er hat dann wahrscheinlich so eine Offroad-Spikes, die er rumlegen kann mit, weiß ich, vorne so ein, wie heißt das? Eine Winde, dass sie sich dann rauszieht. Ah ja, so eine Seilwinde. Das ist aber ein blöder, langer Vorgang. Also dann ist die nicht mehr lange geheim, wenn dann halt sich da so ein alter Pickup aus so einer Laubhöhle zieht irgendwie und denkst du, ach, Sitzpeter. Wer weiß, weil ich komme es ja in Mecklenburg-Vorpommern häufiger vor. Dass sich so alte Pickups aus der Laubhöhle ziehen. Ja, oder generell, weil der Motor nicht mehr funktioniert, ziehen sie sich einfach nur noch von Baum zu Baum. Ziehen sich generell Straßenzüge lang. Ja. So Landstraßen, die immer gespannt sind mit irgendwelchen Stahlseilen, denkst du, siehe, ach, ist leise, aber ist halt immer voll. Wie so eine alte Fähre. Und wenn du da mit dem Fahrrad mal kreuzt, nachts hängst du irgendwo im Seil. Ja. Ist Peter denn so, wenn wir weiter zurückgehen, ist der so ein Fiddelkind, der irgendwie in so einem kleinen Körbchen mit dem Hund schon an den Ostseestrand gespült wurde? Und dort wie Romulus und Remus von einer Wolfsmutter großgezogen wurde. Das ist ganz grob nur, ist das so gewesen? Aber die waren doch bestimmt in irgendwie so einem Bach oder sowas, oder? Nee, die wurden ausgesetzt und dann hat er eine Wölfe in sie großgezogen. Okay. Die Mutter von Romulus und Remus war Priesterin. Und die Priesterinnen im Alten oder in der Antike, das war ja noch nicht Rom, waren Zölibatär. Und die Priesterin aber wurde schwanger. Und wie das häufiger so war, wenn Priesterinnen schwanger wurden, war es kein Mensch, sondern es war ein Gott, der sie geschwängert hat. Gott Pfarrer Heinrich, der am Ende des Ganges wohnt. Genau, und sie hat die Kinder dann ausgesetzt. Und dann wurden sie von einer Wölfin gesolgt und großgezogen. Das ist sehr freundlich von der Wölfin. Ja. Und Peter, meinst du, wurde an der Ostsee gefunden von einer Wölfin? Oder einer Seehündin? Was lebt denn so an der Ostsee? Ja, vielleicht eine Seehündin, ein Seewolf. Die Spin-off-Serie von Airwolf, Seawolf. So. Ich habe eine sehr schöne Folge von Grand Tour gesehen. War so ein Special und das erste Mal sind sie mit einem Boot unterwegs gewesen. Und wo haben sie denn, ach, das Ziel war irgendwie so eine Stadt in, in, oh, in Vietnam. Und er hatte, und jeder hatte halt, ich weiß nicht, ob die, ob die, ob das Budget frei ist. Die hatten halt so 3.000 Pfund, 7.000 Pfund sich halt so ein altes Boot geholt. Und jeder, ich frage, Hammett ist der Kleine, der sich verletzt hat, ne? Und die anderen vergesse ich immer, wie die heißen, weil es wird ja immer noch, Hammett, geschrien. Und der Große mit dem unförmigen Körper, mit dicke Bauch, kurze Locken, der hat sich für 100.000 Pfund ein Kriegsboot nachbauen lassen. Von wegen, das ist ganz schwierig, gerade in Vietnam, weil das waren die Boote, die damals von den Amis halt meinten, ja, aber die haben ja verloren. Aber das ist doch, nee, aber das ist jetzt, also vom Bildnis, das ist so, du darfst, als Verlierer darfst du da wieder auftauchen, weil das ist dann vollkommen okay. Aber wenn man jetzt Sieger, dann wäre es schwierig gewesen. Ja, und das Beste war aber, Hammett hatte halt, nicht das Original, aber genau das gleiche Modell von Thunder and Paradise, das Boot. Was für die Angelegenheiten richtig scheiße war, weil das halt einen unheimlichen Ansaug hatte. Und die hatten halt dann irgendwie gerade in der Regenzeit gewartet. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das was gut anlegen kann, das Ding. Genau, also das war eh das Schwierige, dass die immer Probleme hatten, die hatten alle keine richtigen Booterfahrungen, sind überall immer gegengeknallt. Ja, wahrscheinlich hatten die auch alle viel zu viel Tiefgang. Ja, genau. Und da war es dann halt teilweise, das war so ein See, der wesentlich größer hätte sein müssen, aber erstmal war die Regenzeit noch nicht so vorangeschnitten. Und zweitens hat der Nachbar China, hat da halt irgendwie so einen großen Stausee geschaffen für irgendwelche Kraftwerke und hat somit den See abgeschnitten. Und somit kam da kein Wasser oder noch wenig Wasser an. Und dann hatten die halt einen Tiefgang von 1,50 Meter oder so oder noch weniger. Und wenn der halt richtig Gas geben wird, dann ist das so hinten reingeklappt und hat dann halt, das ist ja auch kein klares Wasser, sondern sehr schlammiges Wasser und hat halt sehr viel Schlammwasser angesaugt und dann ging das halt nicht weit. Und der Ältere, der mit dem halblangen Haaren und Grauen, der immer so ein bisschen, der kultiviertere von dreien so sich präsentiert, hat natürlich halt irgendwie so ein Holztuckerboot aus den 30ern gehabt, was richtig schön war. Aber halt einfach super alten Motor, was richtig laut so tuk 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 tuk. Passte aber ganz gut irgendwie da Vietnam und diese ganzen Kanäle und sowas. Die Leute halt auch auf den Kanälen leben, handeln etc. Und der Große mit seinem Militärboot hat jedes Mal, wenn die halt dann so schmale Gassen oder wenn die halt dann in Einkaufsläden in Anführungszeichen gingen, mussten die halt an irgendwelche Boote anlegen. Und das Ding hat sich immer gedreht und sonst was hat ja einen Rückwärtsgang und der hat halt echt so viele Boote gerammt und musste immer sofort die ganzen Produkte kaufen, weil die sind ja ins Wasser gefallen. Wenn so aufgestapelt dann halt irgendwie 25 Mandarinen da liegen und der knallt halt gegen, dann zack, musste halt zahlen. Und das ist halt laufend passiert. Und da habe ich auch gedacht, das wäre mir so unangenehm, auch als Kameracrew so, dass du halt immer so einen Affen hast, der auch denkt von wegen, Alter, ich bin Millionär, was denn? So, es kostet ja nichts. Aber trotzdem so diese Achtung dann, naja. Aber weswegen komme ich jetzt drauf, Peter? Weil Peter vielleicht noch ein geheimes Boot hat. Nee, weil er von der See ausgesetzt wurde. Ja, aber also okay, also wurde Peter irgendwie an, was sind denn, was sind denn, was sind denn die Mythen seiner Eltern dann? Ist er halt irgendwie eines ehemaligen britischen MI6-Agenten in der Ostsee ausgesetzt worden? Ja, der sein Papa ist und die Mutter ist eine russische Geheimagentin. Ja, das glaube ich kommt der Wahrheit ziemlich nah. Eine Spatznatz-Künstlerin. Ja, der Spatz von Spatznatz. So, und der Hund war schon mit dabei. Wurde natürlich in so eine alten olivgrünen Militärkiste reingeschmissen. So eine alte Moon-Kiste, ja. Was ist eine Moon-Kiste? Munition. Achso, jetzt ist irgendwas spannend. Nee, nein. Das ist das Gegenteil von spannend. Ja, muss man ganz kurz, eine Sekunde, muss man ganz kurz antworten in der Zeit. Ja, es ist entweder so, das hat auch ein bisschen was von dem Mythos, dass Aphrodite im Meeresschaum geboren wurde. Haust du jetzt überall immer deine alten Sagen-Geschichten raus? Ja, ich finde das, also dazu, dass wir hier uns Sagen basteln. Anders ist es ja früher auch nicht passiert. Ja. Vielleicht ein bisschen kreativer. Ja, die Leute wollten sich halt die Welt um sich herum erklären. Ja, und so wollen wir das ja auch gerade. Gut, er kommt an mit, ich würde ja eher sagen, der Hundemutter von seinem jetzigen Hund oder Hundegroßmutter ansonsten. Oh, das ist gut, dass sie beide wie Brüder oder Geschwister auf jeden Fall groß geworden sind. Über Generationen ist diese Hundefamilie im Besitz Peters. Eine loyaler als die andere, eine Generation. Und er saß in dieser Mundkiste, wieso kann man, wenn man Mund sagt, nicht noch Inzion sagen? Alles muss abgekürzt werden. Er hat keine Zeit, irgendwas auszuschreiben. Das ist anstrengend. Ja. Naja, okay, dann saß er in seiner Mund-Inzions-Kiste. Du, du profitierst auch davon. Herr Schneebröß, eines deiner liebsten Worte. Das ist echt, das habe ich ja vorher nicht, das ist von dir, das kam auch vom Bund, oder was? Ja. Klassisches, klassisches Mittagessen zur NATO-Pause im Mannheim, das Herr Schneebrö. Die NATO-Pause? Ja. War das halt irgendwie so ein Manöver, das ihr da gespielt habt? Ach nee, jeden Mittag ist so eine Vormittagspause. Das ist ja wie das zweite, zweite Fernsehmahlzeit bei elf. Ja, aber es ist halt, es ist halt tatsächlich, ich glaube, es ist auch wirklich nur eingeführt worden, um den Umsatz zu steigern von diesen Betrieben, die auf den Kasernenhöfen geführt werden. Ach, ich dachte, das wäre Bundeswehreigene Gedöns und dass die halt da… Nee, nein, nein, das sind irgendwelche mittelständischen Unternehmen, die dann halt, eine Kaserne hat ja auch zivile Angestellte und eine Küche zum Beispiel wird halt nicht von der Bundeswehr geleitet, sondern von irgendeinem kleinen Catering-Betrieb, die ja auch alle ruiniert gegangen sind, als sie Kasernen zugemacht haben in Deutschland. Aber wenn die Bundeswehr unterwegs ist, dann haben die doch nicht irgendwelche Fremdfirmen, die da mit in Einsätze fahren oder nicht? Da haben die doch ihre eigenen Kochs. Da, ja, da, ja. So wie der Smoothie bei Marie, die auch nicht in der Fremdfirma ist. Ja, auf dem Schiff ist es halt jemand von der Bundeswehr. Ja. Aber normalerweise haben die ganzen Sachen, also auch so Sachen wie Wäschereis-Service und so, das ist halt ausgelagert, wenn du nicht in einer geschlossenen Situation bist, wie auf dem Schiff oder im Einsatz. Ja. Also da sind das halt alles militärische Kräfte, aber ansonsten, die normalen Leute sind halt zivile Mitarbeiter. Okay. Also deswegen ist es halt auch immer ... Das ist auch so eine maximale Unterforderung, oder? Wenn du eine Kantine hast beim Militär, also bei der Bundeswehr, das heißt, das muss doch die ganze Zeit nur stinken und es gibt halt immer nur Fleisch in drei Variationen. Bums, fertig, aus. Wie halt, wenn du eine Kantine in einem normalen Betrieb hast in Deutschland. Currywurst, Schnitzel oder Schnitzel mit Currywurst. Ja, naja, ich meine, was hast du denn halt irgendwo auf dem Land? Ja, damals halt irgendwie ... Großfirma. Telekom-Kantinen, wenn du rumgewachtest, da warst du halt auch immer die gleiche Soße. Ja, Hack, Mett, Spaghetti Bolognese. Ja, ja. Und dann halt auch irgendwie nicht die zehnt mal so einen Löffel Parmesan, sondern war es halt so ein Billo-Parmesan, da wurde da halt mit dem Esslöffel, wurde halt der Teller geweißt. Mhm. Alles war drauf und dann einmal komplett und dann, ja. Also klassisches Kantinenessen heute in Deutschland. Also das ist ja auch immer noch so in Deutschland. Alles ist halt einfach nur voll mit Fleisch und alles andere ist nur Beilage. Ja, genau. Also das ist halt ... Und die Beilagen sind halt auch traurig. So abtotgekochte Erbsen und dann hast du halt Blattsalat und eine Tomate. Genau, halt so ein halbes ... Also ein Salatbuffet, das ist ungefähr so groß gewesen wie mein Sofatisch für die ganze Kaserne. Das hat ja auch mir ... Und wurde halt nicht angerührt. Nee, natürlich nicht. Außer mir. Ich habe dann immer nur irgendwie den Salat gegessen. Wie, du hast Rechenbrühe und sowas gelassen? Ja, ich hatte auch keine NATO-Pause, glaube ich, weil ich gehörte nicht zu der ... Weil du Reklam-Hefte hattest. Also theoretisch schon. Ach ja. Aber ihr wurde doch komisch angeschaut, oder du, oder, mit Reklam? Das ist doch erst mal ... Ja, natürlich. Ja, du stehst ja erst mal unter Generalverdacht, so ein Intellektueller zu sein. Ah, der das halt intern unterwandern will. Der halt irgendwie ... Ja. Schreibst du ja bestimmt für deinen Sozi-Blog oder so. Ja, gibt es ja nicht mehr zum Glück. Jetzt stimmt die Bundeswehr wieder mit ihrem Gründungsmythos überein vom Reichsbürger in Uniform. Genug dabei. Na gut, ne? Und so kam Peter in der Moon-Kiste mit einem Häschenbrühe, was seine Eltern ihm mitgegeben haben, an der Küste an. Genau, und wurde halt von einer Mecklenburger Kampfrobbe großgezogen. Ja. Und das erste Kind ... Nee, wie kriegen wir den Hund denn da rein? Hatten wir jetzt nicht schon eine Hündin vorher irgendwie drin? Ja, genau, die ist dabei. Ach so, okay. Die Hündin, die Hündin haben ja einen anderen Rhythmus. Ist eigentlich Hund oder eine Hündin? Ich hätte ja gesagt, eine Hündin, eine Wolfsmutter. Wolfsmutter, aber ja, vielleicht der Seehund und die Hündin teilen sich die elterlichen Pflichten am Strand. So. War es relativ schnell klar, dass er sowas wie ein Geheimdetektiv oder ist es dann halt auch, dass er so eine krasse Geschichte hat, dass er halt in sehr vielen ... Also ist er militärisch erstmal erzogen worden? Nee, nein, eher so humanistisch. Humanistisch. Woher kam seine Leidenschaft zum Sitzen? Ist da irgendwie was Prägendes passiert? Hm, 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 hm. Zum Beispiel habe ich so gedacht an diese gute alte 80er, die westdeutsche 80er Sesamstraße mit dem Samson, wenn du dich erinnern kannst. Der halt immer auf seinen großen Hintern sich setzen konnte, der halt immer auf seinen großen Hintern sich setzen konnte. Oder verwechsle ich das gerade mit den Dino? Bei den Dinos, da konnte sich der Papa immer auf den Hintern setzen, weil der halt auf den Schwanz sich gesetzt hat, auf den großen Plastikschwanz quasi. Und hat das, also jedenfalls saß der dann halt immer mit seinem eigenen Körper konnte er sich mal hinsetzen. Aber in Stuhlhöhe. Ein Wunder der Natur, ja. Dinosaurier halt, ne? Ja. Ja, nee, muss irgendwas Prägendes passiert sein. Oder wurde bestätigt, dass er, also du sagst, aber wie ist er denn überhaupt zum Bund gekommen? Bei einer humanistischen Erziehung? Ja, wie wenn ich zum Bund gekommen komme, du kommst halt. Ja, indem du halt dich überhaupt nicht kümmerst. Ja, natürlich, ja, sicher. Klar. Ich meine, er hatte jetzt nicht den. Das war ja auch das Geheimrezept des Bundes. Einfach nur Leute, die sich nicht kümmern. Also wir hatten uns umgesehen, waren umgeben von Gymnasiasten, die sich nicht gekümmert hatten. Also der Tonus war von durchgehend, ich glaube, zwei oder drei dachten, das ist ganz lustig. Ich dachte auch noch so ein bisschen, ach, so ein bisschen die sportliche Herausforderung. Ja, das hast du ja erzählt, weil ich die mir gefragt habe, warum du, warum du? Und dann nach drei Tagen rumstehen, denkst du auch so, what the fuck? Geil, echt geil. Und dann bist du halt so, ja, hätte ich, wäre, wäre Fahrradkette. Panzerkette, hätte ich das jetzt sagen müssen. Okay, also aber dann, ich finde diese Brücke so schwierig von dieser humanistischen Erziehung und dann ist er plötzlich beim Bund, okay, er hat sich halt nicht gekümmert. Na gut, aber ich meine, die Sache ist, wenn er halt in dieser humanistischen Erziehung mitbekommt, seine Aufgabe ist es, Verbrecherding festzumachen. Die Welt besser machen. Ja, dann musst du natürlich auch erstmal so einen korrupten Haufen infiltrieren. Genau, wissen, wo die Verbrecher herkommen. Militärisch-strategisches Denken erlernen. Ja gut, ob man das beim Bund dann lernen. Wo geht das, ja, das ist dafür, das stellst du dann da fest, dass es der einzige militärisch-strategische Punkt ist, wenn du eine LAN-Party machst und Age of Empires 2 und Command & Conquer spielst. Command & Conquer haben wir auch während der Ausbildung damals gespielt. Ja, und stell dir vor, du bist da die ganze Zeit auf Klassenfahrt mit lauter Jungs und kannst da ein LAN-Netz. Oh, muss das gestunken haben, ey. Alter, Finne, hör mir auf. Das ist doch kein offenes Licht. Waren Peter und ich auch auf Stube zusammen? Auf Stube heißt es in einem Zimmer, ne? Zimmer gibt's im Puff, bei uns gibt's Stuben. Und da sind, ist man zu viert, zu acht, ich weiß es nicht. Wir waren zuerst zu viert. Und zwar die beiden Besatzungen von den MTWs. Also es gab zwei Mannschaftstransportwagen. Heine und ich und Peter und Kelotat. Was ist Kelotat? Kelotat war... Klingt wie was zu essen, was auch im Kalten dich warm hält. So ziemlich, ja. Jetzt ein Kelotat und der Winter ist heiß. Er hatte eigentlich, eigentlich hatte er meine Aufgabe. Es hat sich nur herausgestellt, dass ich... Was ist deine gewesen, meine Herren? Ich war halt viel besser in der Aufgabe. Ach, es ist... Jetzt müssen wir mit deinen Güters auch noch uns zusammenfüllen. Sachen aus einem geschriebenen Befehl in eine Computertabelle einfügen. Und du hast immer geraten, was da jemand gekriegt hat. Wir haben wahrscheinlich nur mit der Faust geschrieben, ne? Wir konnten halt so... Du bekommst das ausgedruckt und dann musst du halt da einfach nur so Zahlen eintippen. Aber wenn du halt ein bisschen die Shortcuts von Systemen kennst, irgendwie Steuerung, Tabulator oder sowas, dann kannst du das halt... Ja, und wenn du halt einfach zehn Finger schreiben kannst, dann geht es halt deutlich schneller. Und das konnte er halt nicht. Und deswegen haben wir die Aufgaben getauscht und ich war dann dafür verantwortlich. Weil du kannst da halt echt ein paar böse Fehler beimachen. Angriff in Iserloh in 13 Uhr. Nee, aber du kannst halt, wenn du... Du füllst halt aus, wo die Schüsse von den vier Artil-Regelschützen hingehen sollen. Okay. Wenn du dabei halt die falschen Koordinaten eingibst... Sind das nicht Platzpatronen beim Testen? Nee. Okay. Nee. Es ist, wenn du es in der Kaserne... Klaus, ist das hier eine 0-4 oder eine 4-0? Ja, weiß ich nicht. Wenn du es in der Kaserne testest, dann testest du es halt auf einem elektronischen System. Das ist ein bisschen ein Flugsimulator. Also dann spielst du einmal durch und denkst, hier berührt sich nichts, niemand ist tot, können wir machen. Nee, die sind halt, also wie im Flugsimulator, wo sich halt auch alles bewegt. Also du hast quasi das Innenleben des Panzers nachgebaut. Und das wird dann halt auch in die Richtung justiert und alles rotiert und alles schwenkt zurück und so. Und da kann nichts passieren. Aber wenn du halt im Feld testest, also selbst, selbst wenn du einfach nur Platzpatronen benutzen würdest, eine Patron ist halt so groß. Ich zeige gerade so ungefähr einen Meter. Sein Penis hat er gezeigt. Mit dem Durchmesser. Sein Penis. Ja, also ich meine, selbst wenn es halt nur ein Gummigeschoss wäre, das hätte halt eine gewisse kinetische Wucht. Ja. Aber du schießt halt mit scharfer Munition, um die auch zu testen. Und das ist halt, alter Finner, das ist doch alles ein heikler Scheiß. Ich habe zum Nachhinein darüber nachgedacht. Nee, wirklich. Du musst dann halt mit einem Schlüssel, stellst du halt die Dauer ein, wie bei einer Zeitbombe. Die Dauer, also der Zündmoment oder so. Genau. Und dann bist du halt so, wirst du halt um zwei da rausgerufen. Das erste, was du machen sollst, ist das Ding da eindrehen und die Klicks zählen. Und du bist da so, hat es jetzt schon einmal geklickt oder nicht? Du bist total müde, irgendwas schreit dich an und du sollst Klicks zählen. Ja, der Typ ist halt völlig im Stress und ich dachte auch so, scheiße, habe ich das jetzt auf die richtige Dauer eingestellt? Ansonsten explodiert es halt direkt vorm Rohr und es ist halt ein Schrapnellgeschoss. Achso, das heißt jeder kriegt, aber da steht auch keiner dran, oder? Nee, der Panzer ist halt da, also die Dinger zerfetzen, ach Gott, ey, es ist alles eine... Es ist alles gut gegangen, oder? Irgendwie schon, ja. Wie du schon gesagt hast, du und Peter sind in den Wald gegangen oder irgendwo hin und habt einfach nur blöde rumgeschossen, weil das Munition... Das war ein Platzpatron. Aber war Peter? War das mit Peter? Ja, ja. Naja, und dann waren halt so Sachen, wenn du dann halt die falschen Koordinaten eingibst, zum Beispiel nicht die Zielkoordinaten, sondern die von einem der Panzer, dann drehen sich halt alle drei Rohre auf den vierten Panzer. Warum sollte man sowas Schreckliches tun? Irgendein Idiot hat es wohl tatsächlich mal gemacht und dachte, ah, lustig, ich tippe mal unsere Koordinaten als Zielkoordinaten an und guck, was passiert. Da, wo er auch saß. Ja. Also tot. Ja. Naja, ne? So. Und dann waren wir zu viert erst in einem Zimmer und dann wurden wir, Peter und ich, in anderes... Nee, Peter, Kelotat und ich. Kelotat? Kelotat hatte keinen Vornamen. Da hatten viele keinen... Wir hatten alle den gleichen Vornamen. Kanonier. Und dann... Bist du ein bisschen bunt geschädigt noch, oder? Naja, dann waren wir halt auf einer Achterstube und in der Fährerstube waren dann nur die Krawallmacher der Batterie. Krawallmacher? Ja, die, die... Ja, die, die un... Was ist, einer hat mal irgendwie den, einfach den Wasserhahn angelassen aus Versehen und die ganze Etage war überflutet. Wer sind die feuchten Badeten? So in dem Dreh. Über das Wochenende war dann die ganze Band, die ganze Etage überflutet. Cool. Ja. Naja. Okay, über diese Krawallmacher-Zeit hat Peter dann seine wahre Bestimmung, das Detektivleben gefunden. Denn dort muss man sehr viel überwachen, das heißt sehr viel sitzen. Ja. Okay. Ich meine, auch bei uns in der Glühlampe war es halt einfach die unauffälligste Position, zu sitzen. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, der hat halt auch schon sehr, sehr viel miterlebt. Ja. Frage, was wir auch schon mal überlebt haben, überlebt, überlegt haben, hat Peter durch seine vielen Abenteuer, ich weiß nicht, ob er auch Spionageeinsätze hatte, etc., ob der halt da hier und da vielleicht auch schon Kinder in die Welt gesetzt hat? Oder ob da sehr viel Vorsicht, oder? Ah, ich weiß es nicht. Also, man weiß es nicht. Deswegen frage ich ja, weil wir kreieren jetzt die Wahrheit. Ob er immer rechtzeitig rauszieht, meinst du? Nee, boah, so genau wollte ich das jetzt gar nicht wissen. Das ist die sicherste Methode, Kinder. Ja, das und Jägermeister vorher trinken. Denn das tötet die Spermien ab. Jägermeister über den Lümmel. Ja, außen und innen. Wenn die Flasche passt. Nein, meine Frage ist... Ich würde ja mal sagen, für die Handlung, ja, sollte er zwei, drei Kinder haben. Ja, in verschiedenen Ländern immer auch, ne? Dann wäre ja eins in Frankreich, eins im Fürstentum von Monaco. Vielleicht noch in Russland oder in Großbritannien? Wollte ich gerade sagen, eins in Novosibirsk. Ja, das ist gut, ja. Und niemand kennt die Geschichte wirklich, wie da das Kind... Weil das wahrscheinlich auch eine Spionin war, die sich liebten. Okay, ist er... Also, er hat ja nicht eine Betthöhle, sondern die braucht ja einen eigenen Namen. Ist das die Spetsnatzhöhle oder ist das... Die Sitzhöhle. Die ist auch komplett überall am Rand Sitzgelegenheiten. Das Geile ist, in der Höhle befinden sich drei alte Originalwetten, dass sowas. Aus den 80ern, aus den 90ern und das letzte. Das passt auch zur Meldung, die ich neulich gehört habe. Das ist eine Frank-Elstner-Wachs-Figur, aus Madame Tussauds gestohlen wurde. Ja, das stimmt. Das meinst du von wegen, dass er so heimlich so ein Frank-Elstner-Fan ist? So ein Sammeln, er sammelt sie alle, die ganzen Wetten, dass Hosts... Also es fehlen ihm noch Thomas Gottschalk und Markus Lanz. Der war der Letzte. Ja. Dann war es noch zwei oder drei Folgen, Wolfgang Lippert hat gemacht. Der hat dem bekannten Satz zu Phil Collins gesagt, you can say you to me. Hat er das gesagt, dass er irgendeinem deutschen Politiker? Nee, also ich meine, wahrscheinlich auch, aber er hat den halt auch live gebracht. Wo damals sich Kalkofe drüber aufgeregt hat. Die habe ich noch auf Kassette, die Kalkofe ist Matschein von FFN. Von Premiere noch. Achso. Nee, nee, er hat ja bei Radio FFN angefangen. Ja, da hat er es noch über Radio gemacht. Ja, dann meine Frage, wir haben ja irgendwann mal, da waren wir auch total perplex, als er mit uns trainiert hat im Sommer gesehen, dass Peter ein Tattoo hat auf dem Oberschenkel. Um sich in die russische Mafia einzuschleichen, würde ich sagen. Ich hatte gedacht, das wären Koordinaten. Uh, wie eine Schatzkarte. Ja, also irgendwie so. Um Waterworld zu finden. Ja. Ja, oder halt so ein zweites, also wenn mal seine Sitzhöhle auffliegt. Also, dass seine Nicht-Identität auffliegt und er dann in die nächste Nicht-Identität springen kann. So, dass da halt immer so ein Backup-Plan, auch wenn sie ihn so foltern, dass er halt alles vergisst, aber relativ schnell liest er seinen Oberschenkel richtig und kann mittels Hund und Pick-up, ich würde sagen, keine Ahnung, vielleicht in der Sächsischen Schweiz hat er irgendwo eine zweite Höhle. Da ist er sehr viel versteckt. Ja. Ja, ist ja auch in den Bergen, ist gut. Ja, es müsste irgendwie, dass man sich, dass man schon irgendwie auf einen Berg raufkommt mit wenig Mühe und dann sich irgendwie durchs Abseilen, in so einen Sitzkorb, dass er da halt dann sich abseilen kann und dann auch verschwinden kann in einer der Höhlen dort. Das war so eine Idee, dass er das. Ja. Ja, ich habe gedacht, er bräuchte ja auch irgendwie so eine gewisse Tarnung. Was denn, also oder ist seine Tarnung das Baumschulen-Prinzip? Entweder das oder er hat einfach uns so lange beobachtet, um unsere Identitäten als Tarnung zu nutzen. Das heißt, er dreht irgendwo regelmäßig dusselige Werbungen und Und läuft halt eigentlich mit Vollbart rum. Und schreibt Rezension ohne Ende. Spielt halbe Pferde im Kindertheater. Genau. Und sitzt regelmäßig, oh, sitzt er vielleicht regelmäßig bei Yuki und du weißt es gar nicht. Oder er ist Yuki. Ich habe sie beide schon mal im gleichen Raum zusammen gesehen und es will nichts heißen. Es ist auch, Alfred hat auch öfter mal Batman gespielt, um den Verdacht zu verstreuen, dass Bruce Wayne Batman sei. In den Comics? In der 60er Jahre Serie mit Adam West. Ehrlich? Ja. In Leggings und alles? Ja. Es gibt in den Comics mehrfach so Instanzen, auch in denen Spider-Man Daredevils Kostüm angezogen hat, damit Matt Murdock ihn vor Gericht vertreten kann. Selbstverständlich. Ja, okay. Aber sind diese Tarnung, also sind diese... Oh, jetzt ist ja gerade die Batterie wieder auf. Oh Gott. Ich höre nichts mehr. Ich bin der Haupt. Sind diese Tarnung, beziehungsweise diese Deckleben, die er da halt hat, nicht ein bisschen zu unnormal? Also ich meine, für Berlin ja, ist okay. Ja, das sind ja nur zwei. Achso, da meinst du halt noch mehr. Ja, ich meine, wie halt Michael Knight, der sich ja auch jedes Mal als irgendwas anderes ausgibt. Letztens gesehen die erste Folge. Oder das A-Team. Michael Lang. Lang, ja, der Schauspieler. Also ich meine, auch das A-Team gibt sich ja jedes Mal als irgendwas anderes aus. Ja. Sind sie Kunstsammler oder er ist quasi der Face-Man. Er ist das Ein-Mann-A-Team. Übrigens, Face... Er kann jedes Fahrzeug fahren, er hat Angst vorm Fliegen. Er gibt sich jedes Mal als jemand anderes aus und er ist ein taktisches Genie. Face, wie heißt der Schauspieler? Benedict, weiß ich nicht. Ja. Aber auf jeden Fall war in der ersten Folge, ich weiß nicht, ob es sogar in der ersten Staffel war, in der ersten Folge war es ein anderer Schauspieler. Habe ich das gesehen. Faszinierend. Meine Idee ist halt auch, dass Peter, wenn er übers Land fährt, weil es das zum Beispiel im nordischen Bundesländern noch sehr viel, so viel haben wir ja gar nicht, aber noch sehr viel existiert. Vermutlich auch woanders. Diese Eierwagen. Das ist meine Socke. Ah. Da habe ich Stoppernappel drauf. Ja. Weil dieser Eierwagen bewegt sich halt ständig von Dorf zu Dorf. Ist halt total, ja, getarnt in dem Sinne, weil jeder kennt ihn, weiß, dass er da ist. Ich würde mir Peter ganz gut mit so einer klassischen weißen Verkäufer-Schürze aus den, beziehungsweise Verkäufer-Kittel aus den 50ern vorstellen und wir den Damen und Herrschaften da Landsülze verkauft. Weil die Eierläden oder Eierwagen haben ja meist nicht nur Eier, sondern halt da noch so ein kleines paar anderen. Meist halt sehr, sehr viel Wurstwaren in Dosen. Und diese klassischen Dosen, die unetikettiert sind. Die hat einfach nur so eine bronzefarbene Dose und du weißt ja immer nicht, ist das Sülze, ist das Finger, ist das überhaupt für mich? Das kann ich auch oft gar nicht genau wissen. Ja, kommt dir eher alles wieder in die Brühe oder in den Eintopf oder so. Das könnte Peter ganz gut machen, um permanent aktiv zu sein. Und geil wäre es natürlich, wenn er so ein bisschen wie bei Knight Rider, wo die halt ja auch, die haben ja immer so eine Zentrale, dann haben diese mobile Zentrale in dem LKW, der die ganze Zeit rumfährt. Wo Michael ja dann auch gerne mal während der Fahrt reinfährt. Weil anders war jetzt gedacht, dass er halt einen riesengroßen Eierwagen hat und kann während der Fahrt. Mit dem Pickup reinfahren. Und raus auch. Die Sache ist dann halt bloß, fährt dann der Hund während der Zeit oder hat der dann noch jemand anders? Irgendwie so einen getreuen Sidekick, der halt stumm immer dabei ist. Hund fährt während der Zeit, finde ich schon am plausibelsten. Okay. Na gut, dann haben wir das geklärt. Wir brauchen jetzt keinen Sidekick, dann ist der Hund der Sidekick. Der Hund hat auch gar keinen Namen. Also okay, bei Columbo heißt der Hund auch Hund. Ja. Aber das wäre ja komisch, wenn das jetzt eins zu eins. Gab es halt irgendwie so einen Namen, der immer wieder aufgetaut ist beim Bund, wo du dachtest, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber im Nachhinein hat er Peter sehr oft genannt, dass vielleicht das schon das Geheimnis war. Fällt mir jetzt nichts spontan ein. Oder der Hund heißt Veritas oder so. Oder natürlich Peter, ja auch wie ich, großer Faust-Fan. Vielleicht heißt der Hund einfach Faust. Oder Gretchen-Fatzen. Ja, ja. Ja, finde ich gut. Gretchen? Gretchen. Gretchen. Auch irgendwie ganz geil. Mir ist mir vorstellt, dass Peter so einen Hund hat, der Gretchen heißt, der in Eierwagen fährt. Und er währenddessen halt irgendwie, ja. Was ist sein Ziel denn? Einfach nur die Welt sicherer machen? Also wenn, überführt er? Oder ist er halt auch so, wenn jemand heißt... Wurde er auch eines Verbrechens bezüchtigt, dass er nicht begangen hat? Hat er sich deswegen die Haare abgeschnitten? Ja. Weil plötzlich sah er aus wie Smudo. Ja. Und wir dachten immer so, was? So ein bisschen, hatte Lorenzo Lamas nicht auch erstmal lange Haare und hat sie dann kurz geschnitten? Also er hatte immer lange Haare. Immer lange Haare. Ich hatte immer mal kurz. Das wäre ziemlich krass, weil das war ja so, das war ja... Ja. Das war ein Grund, die Serie zu gucken. Weil er halt jedes Mal, hä, die Haare geschüttelt hat. Immerhin ein Grund. Und irgendwie sein Moped und diese Schlange, die er sich, glaube ich, auf dem Oberarm tätowiert hat. Was für eine coole Serie. Ich fand die ziemlich cool. Ich hatte auch lange Haare damals. Ich habe es auch geschaut, aber... Wie lange waren deine Haare am längsten, als wir uns kennengelernt haben? Da hast du ja ziemlich Jesus-Matte gehabt. Ja. Du warst doch sehr Jesus-ähnlich. Ich war auch sehr Jesus-ähnlich. Du hast uns regelmäßig... Ich bin regelmäßig über Wasser gelaufen. Ja, und Wein hast du halt auch aus dem Klarern geholt. Beziehungsweise... Ja. Ja. Gut. Wird denn Peter engagiert? Oder reist er einfach durchs Land und sieht halt das Unrecht und hält an? Würde ich sagen, ein bisschen wie das... Ja, wohl. Nee, das ist echt, den wird ja mal vorher irgendwie gebucht. Ja, also Michael ist ja oft... Also er hatte zwar auch Aufträge, aber es war immer so eine Mischung. Manchmal ist er halt auch einfach durchs Land gefahren und dann hat er Devin angerufen. Devin, ich bleibe hier noch. Hier in dieser Truckerstadt. Ist ein gewisser Mr. Bösewicht und der... Und da jocht die ganzen Trucker. Ich glaube, es gibt so ein geheimes Signal. Wenn du auf dem Land wohnst und du brauchst Peters Hilfe, dann lässt du nachts einen Stuhl draußen stehen. Weißt du, was mir einfällt? In Hannover, das hieß angeblich, es sei eine Kunstinstallation gewesen. Es gibt diesen roten Faden, der es ja durch viele Altstädte oder Städte Deutschlands, glaube ich, gibt. Wurde halt, wenn du den nachläufst, dann siehst du halt so bla. Und am roten Faden stand irgendwann mein Nonova, mir ist das immer nur nachts aufgefallen, immer alle paar Kilometer ein roter Stuhl. Jetzt ergibt das Sinn. Das war nicht irgendwie, weil das ergibt ja, das ist ja gar keine Kunst, einen roten Stuhl hinzustellen. Das ist ja keine Kunst. Das war schon ein roter Stuhl, das Gefahr im Verzug. Ja, genau. Das heißt ja von wegen, er braucht gar nicht mehr groß warten, er kann sofort angreifen. Das ist ein Zeichen gewesen. Und dann gibt es halt auch irgendwie dieses Leuchterlicht in den Himmel. Das Batsignal. Genau, aber dann ist es halt das Sitzsignal. Dann werden halt auf dem Land, wenn es halt keine Wolken sind, werden halt alte Traktorreifen verbrannt. Und in den Smog wird dann halt der Stuhl reingeblendet. Und auch, dass er so ein Netzwerk durch die Republik hat, das sind die XXL-Möbelhäuser, die mit dem roten Stuhl. Oh, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Ein riesiger Stuhl. Ja, es ist hidden in plain sight. Das ist genial. Da hat ja selbst mal hier, wie hieß denn der Dicke nochmal? War das Ottfried Fischer? Genau, Ottfried Fischer. Der saß doch dann immer auf dem Stuhlrand von diesen Monsterstühlen und auch super, wenn er sagt, die mit dem roten Stuhl. Wo du jedes Mal denkst, oh, das klingt so ein bisschen nach Darmkuliken irgendwie. Ich habe so roter Stuhl. Ja, gut. Das ist ja super. Ja, wir nähern uns auch langsam dem Ende. Ja. Aber ich glaube, wir sind auch inhaltlich, wir sind ja jetzt in der Jetzt-Zeit. Wir haben eigentlich Peters Modus operandi gelöst. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Peter taucht manchmal bei dir auf und schläft in deiner Kammer. Ja. Und taucht instantly auf. Also so aus dem Nichts. Ja. So, und dann ist halt von wegen... Unvorhersehbar. Manchmal verabredest du dich mit Peter und sagst, du bist am Wochenende da oder ja, ja. Ja, dann komm mal vorbei, dann machen wir was. Und dann kommt er nicht. Und an anderen Zeitpunkten schickt er dir ein Foto, wie du nachts friedlich im Bett schläfst, was er direkt über dir gemacht hat in der Nacht davor. Hat er das schon mal gemacht bei dir? Nee, aber er macht ja immer so Bilder, wie er gerade in der Stadt ist. Unangekündigt. Das sind immer eigentlich Signale für uns. Das ist nicht ein Signal für jemanden anders, sondern guck mal, hier sind die, ich wollte gar nicht sagen, wo ein Trade Center. Hier sind die, hier ist der Potsdamer Platz. Ich glaube, so ein Foto kann ich mich erinnern, wo ich denke, hä? Dann habe ich, glaube ich, dich gefragt. Das ist auch immer, ich frage immer dich, weil ich mir das Gefühl habe, du bist Anlaufstelle, wegen Kammer. Aber du bist da ziemlich gelassen. Es funktioniert ja auch nur, weil du so eine, du bist so der Devin Miles der jetzigen Zeit, der halt ganz entspannt immer ist und sagt, hey, ich weiß ja, wofür er da ist, deswegen, wenn er mal nicht kann oder unbedingt jetzt will. Das hat schon alles seine Gründe. Ja. Ja, okay. Also somit ist es hier wie so ein kleines, nicht ein Headquarter, aber er hat ja auf jeden Fall hier so eine kleine. Ja, so ein Sidequarter. Ja. So ein Retreat. Ja. Hier kann er sich auftanken, sich mal hinsetzen. Meinst du, er hat halt auch eine besondere Muskulatur im unteren Lendenbereich? Mhm. Also da, wo man ja sagt, man sitzt in das Gift, da machst du ganz viel kaputt. Ja. Da ist bei ihm, wie so beim Wolf, der zwischen, äh Quatsch, wie beim Bär, der zwischen den Schulterblättern so eine eigene Muskelgruppe hat, die hier sonst wenig, die halt übelst mit Laufen und Prankenschlag, hat Peter halt so ein Muskel, wie so ein Sixpack am unteren Rücken. Ja, der sich um die, oder hinten um die Wirbelsäule geschlossen hat und die immer aufrecht dreht. Boah, geil, ey. Ja. Ja. Oder wie bei Kickboxern und Mutalboxern, dass sich die Muskulatur so leicht übers Schienbein schieben kann. Da fällt mir noch ein Teil ein, nur so am Rand, er hat ja immer irgendwelche so am Rand, er fügt nur was ein und dann geht er aber auch nicht weiter darauf ein, er hat ja sehr viele verschiedene Damengeschichten. Ja. Und da fällt mir nicht eins, dass er damals irgendwie meinte, er hatte mal irgendwie eine Dame gekannt, die Karate so ausgemacht hat und die hat noch das klassische Nudelholz übers Schienbein gerieben, beziehungsweise halt immer gegen eine Sprossenleiter getreten oder sonst was, die dann halt richtig so eine kleine Treppenstufe in ihrem Schienbein drin hatte. Und er hat ja eh immer so Geschichten von, ja, wer ist denn das, das ist meine Freundin, wie ist deine Freundin? Ja, wie er halt auch, wie Michael Knight und Co, halt für jeden Fall eine andere Frauengeschichte. Ach, das meinst du da auch? Ja. Ach, da meinst du, es ist gar nicht jedes Mal Liebe, sondern das ist halt Nutzen für die größere Sache. Das ist einmal pro Staffel Liebe. The greater good. Ja. Okay. Ja, haben wir auf jeden Fall ein grobes Konstrukt gebaut, mit dem ich leben kann, besser leben kann. Würde ich sagen, ja. Ich verstehe dann auch viel mehr. Ja. Na dann. Okay. Was war für Nüsse? Mit Klaus und Dirk. Klaus wird bis Mittwoch super gesund und nächste Woche klingt er wieder wie ein Sängerknabe. Bis Mittwoch. Das ist eine interessante These, aber stimmt wahrscheinlich sogar. Ja. Ach, ja. Finnisse at gmail.com, falls ihr Fragen habt. Finnissepod.com oder at Finnissepod auf Twitter. Und auf Spotify. Ja, habe ich mich überraschenderweise nicht drum gekümmert. Ach. Naja, aber auf jeden Fall demnächst. Da könnt ihr euch drauf einstellen. Ansonsten dieser WhatsApp Apple Podcast. Habe ich gerade WhatsApp gesagt? Setzt euch einfach mal hin. Setzt euch einfach mal zwischendurch hin. Tschüss.